Was mir aufgefallen ist, die haben original GTA nachgebaut hier. Das haben die richtig krass hingekriegt. Das sieht aus wie im Spiel. Die haben extra so diese Kanäle ohne Wasser gebaut, wo man von der Polizei wegfahren kann und so. Hallo. Wo fliegen wir hin? Wir befinden uns auf einer geheimen Mission. Richtung Muzzle Beach. Nach L.A. 11 Stunden Flug. Ja, wird ganz lustig, ne? Waffe, hast du geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Ich schlafe nämlich nie. Pump dich schon mal auf. Liegestütze machen oder was? Wir sind auf einem Netflix-Event. Jo, das Ganze ist relativ komfortabel hier. Hat ein bisschen Beinfreiheit. Es gibt Bildschirme, man kann Filme gucken und so weiter und so fort. Ein bisschen schicker hier, muss man sagen. Was? Ich bin. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Rafa, warst du schon mal in L.A.? Nein. Ich kenne auch so ein Lied. California Girls, that ain't a dance. Was? Ich kenne nur Tupac, to live and die in L.A. Aber Kate Peres, cool aber. Nie als Tupac, wenn du das sagst. Was mir aufgefallen ist, die haben original GTA nachgebaut hier. Das haben die richtig krass hingekriegt. Das sieht aus wie im Spiel. Die haben extra so diese Kanäle ohne Wasser gebaut, wo man von der Polizei wegfahren kann und so. Die haben sich da echt Mühe gegeben hier beim Städtebau. Original, im Spiel. Oh, Sporthäuser sind wir angekommen in Beverly Hilton und bin mal gespannt, wie das Hotel ist. So richtig so oldschool, ganz schick gemacht. Wow, nice. Wie schön sieht es aus. Just today. What do we have today? Two rooms. And what name? S-T-A-N-I So, Mr. Gurky Schick. Hier ist meine Zimmernummer. Alle heißen Latinas aus L.A. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Schick, 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 schick. Ja, wirklich schick, muss man sagen. Schönes Bad am Start mit Handtüchern. Wow, mal gucken wir hier die Dusche. Jetzt kriegen wir das auf. Das ist die Toilette. Shit, was habe ich gemacht? Sehr schön, eine Dusche. Die Tür ist noch ganz schön. Großes Bett. Da werde ich mal gut schlafen können. Und, oh, jetzt wollen wir mal gucken, gehen wir mal raus. Großer Balkon am Start. Leider keine Sicht aufs Meer oder auf den Pool. Meer ist ein bisschen weiter weg. Großen und Ganzen schicker Luxus, muss man sagen. Erstmal hier schön den California Look aufgesetzt, liebe Sportsfreunde. Ja, Massephase läuft, wird ein bisschen fetter. Na ja, ich finde das ist ein bisschen eklig, jetzt im Sommer fett zu werden. Und wenn man weiß, man geht am Pool oder so, die Form ist nix. Bevor es an den Pool geht, wird es sowieso erstmal noch trainiert, reingehauen. Ich wollte mit dem Rafa ein bisschen Training vorher durchziehen. Ihr wisst ja, vor dem Pool muss man sich krass aufpumpen. Langer Flug. Deswegen gönne ich mir nochmal schön den Imperius ungefähr der geilst schmeckende Riegel, den es gibt. Ähnlich wie Snickers oder so. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, auch wenn ich so viel Zucker drin habe. Den gibt es jetzt nochmal vor dem Training, wenn ihr Energie habt. Von den Proteinquellen her ist das jetzt nicht immer das, was eure Proteinsynthese anregt. Ihr solltet euch jetzt nicht mit Proteinregeln durchfressen. Ist einfach ein Snack zwischendurch, aber der Imperius ist ganz geil. So und ja, erstmal schön braun werden. Auch neben dem Training immer schön Sonne aufziehen, Bräune aufschneiden, ganz wichtig. Ja, mich hier in die Faktik zu betreten. Ohne Scheiße hier. Rafa ist gerade zu besuchen fleißig hier am Falten. Und zwar aus dem Grund. An der Stelle vielen, vielen riesen Dank an Barbossa. Die haben uns für den Trip so ein bisschen ausgerüstet mit Klamotten. Und guckt mal einfach rein. Ganz coole Tanktops, T-Shirts am Start. Und ja, da muss ich noch nicht den ganzen Tag hier nackt rumlaufen. Jetzt gerade, da habe ich endlich mal was zum Anziehen. Snapbacks am Start. Ich finde zum Beispiel diese Tanktops ganz cool hier. So eins, dieses Rote ist ganz geil. Aber auch mit diesem Farbverlauf, mit so einem hellblau-weiß. Wir haben gedacht, wenn wir schon unterwegs sind, dann können wir ja auch irgendwie coole Klamotten tragen. Und haben einfach mal gefragt, ob wir was haben dürfen. Und die waren so nett und haben gesagt, klar, klar, geile Typen. Die brauchen was zum Anziehen, damit sie nicht nackt sind. Sicher interessiert euch auch, was ich für Supplements so mitnehme auf so einen kleinen Trip. Ich setze einfach voll auf die Basics. Einmal BCAAs, dann habe ich Multivitaminen am Start. Man weiß ja nie, wie gesund man essen kann. Zink, ganz klar. Magnesium. Und was den Rest angeht, ich gucke einfach, dass ich relativ eiweißhaltig Zucker und Fett am esse. Und da kann man dann wirklich ein paar Tage auch mal improvisieren. Auf zum Training. Hier haben wir so einen ganz langen Hotelflur. Kennst du auch? Mit Jack Nicholson The Shine. Kommt dann gleich so ein kleines Kind mit so einem Dreirad um die Ecke. Wer den nicht kennt, ganz klarer Film-Tipp. Alter Film. Aber geil gemacht. Machen wir mal was der Schuppen hier kann, liebe Sportfreunde. Precore Geräte, die machen richtig geile Cardio Geräte. Das kann ich nicht sagen. Die Laufbänder sind erste Sahne von Precore. Sieht auch ganz geil aus mit so einem fetten Bildschirm am Start. Aber deswegen sind wir nicht hier wegen Cardio. Sollen wir ein bisschen pumpen. Das sind doch nur 20 Kilo knapp, ne? Für uns ist das nichts eigentlich. Das ist schon mal sehr enttäuschend. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Ein bisschen fit halten. Aber wir wollten ja auch noch mal ins Goldschirm und zum Muscle Beach nach Venice. Deswegen heute einfach mal ein bisschen Haltungstraining, würde ich sagen. Doch, Beine pro! Musik Yo! Rafa hat schon wieder Musik. Der ist so ein Typ, der auch im Bus immer da mit Musik früher, weißt du? Bist du da einer gewesen, Rafa? Wir haben hier schön den Eierlook, haben wir gedacht. Da müssen wir auch die Kamera machen. Wir waren schön pumpen. Ja, irgendwie ist die Sonne weg. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen Bräune aufschnallen und so. Aber machen wir da morgen. Ich brauche nicht. Wir sind auch arschmüde, ne? Wir haben ja nicht gepennt nach dem Flug. Ja, wir gehen jetzt gleich schön schick ins Soho-Haus. Oder auch nicht schick. Hauptsache Essen, ne? Ja, schick essen gehen wir. Schick essen gehen wir. Das ist das Wichtigste. Unser Leihwagen für die nächsten Tage. Soho-Haus in L.A. Und vielleicht kennt der eine oder andere das aus Berlin. Da wird nicht gerne gesehen, wenn man die Kamera anhat. Deswegen konnten wir leider nicht filmen. Wir haben ein bisschen was geknabbert. Das war die geilste Aussicht wahrscheinlich von ganz L.A. Man konnte über die ganze Stadt gucken. Tolle Skyline. Aber war ein schöner Abend, Rafa. Und du bist wahrscheinlich relativ müde, ne? Ich bin völlig fertig. Morgen um 5 Uhr geht's dann los wieder mit dem Training. Ich bin völlig fertig. Und wir gucken einfach mal, was wir morgen von der Stadt mitnehmen. Es gibt viel zu sehen. Soll noch ein bisschen motivierter, Rafa. Menschen sind ja auch auf dem Sportkanal. Nicht Comedy-Prank oder Beauty-Schrott. Wir doch nicht. So, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Tag. So.